Ich heile, Meister! Okay, da Ogi ist der Erste unterwegs. Oder sind die Spawner jetzt unsichtbar geworden? Verstanden, Meister! Meister, das Gebäude ist fertig. Gut. Also ja, ich werde erst von hier drüben aus nach da oben aufräumen, dann hier rum und dann hier rum aufräumen. Guter Plan, oder? Ich werde ja überlegen, ob ich bei dem riesigen Steinvorkommen nicht wirklich zwei Steinbrüche errichten soll. So, jetzt aber erst einmal unser kleines Haupthaus. Danke! 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 Da ist jetzt auf jeden Fall ein Spawner aufgetaucht und da ist ein Spawner aufgetaucht. Wie kann ich dienen? Ich gehorche, Meister! Wie kann ich dienen? Wobei, ich glaube, als dunkle Häufen brauche ich keine zwei. Wobei, die Schmelze jetzt bauen eigentlich Schwachsinn ist. Bin schon da! Stehe bereit! Verstanden! Alles klar! Vorwärts! Meister, das Gebäude ist fertig! Ja, Meister, das Gebäude ist fertig! Ja, hier müssen wir dann Nahrungsgebäude und hier dann unsere Produktionsgebäude rein quetschen. Meister? Gerne! Hier bin ich, Meister! Ich heile, Meister! Ich kann jetzt mal kurz gucken nach der... Weißt du? Das Gebäude ist fertig! Ja, die Mondsebermine passt hier grad so rein, okay. Dann errichtet ihr mir hier mal ein Nahrungslager. Am besten so. Danke! Oh! Vorwärts! Folgt mir! Jetzt kommen sie doch von da oben! Einer jedenfalls kommt von da oben! Dann machen wir es so, wir teilen die da so auf. Die Rune befiehlt. Schließ die Reihen! Zu Befehl! Auf dem Weg! Was wünscht die Rune? Alles klar! Und die so... Sofort, sofort! So, dann fangen wir mal an mit... Zu Befehl! Unverzüglich! Türmchen! Auf dem Weg! Was? Die Rune befiehlt... wird sofort ausgeführt! Die Rune befiehlt! Die Rune befiehlt! Wird sofort ausgeführt! Und wir brauchen mal das mittlere Haupthaus als nächstes. Das können wir hier dann daneben packen. Dann packe ich nämlich die beiden Pilzfarben hier und hier hin. Was verlangt ihr? So, mittleres Haupthaus. Können wir eigentlich auch gerade hier oben hier quetschen. Das ist leicht! Das Gebäude ist fertig! Verstanden, Meister! So sehe ich, wie hier wieder eine Arya-Quelle überläuft. Verstanden! Verstanden! schickt sie zum seelenfluss was wird so groß ausgeführt das gebäude ist fertig für die rune durch männer danke schlag sie zurück die rune rufe fehl halte durch männer halte durch männer okay so da noch schließt die reihen zu befehl und verzüglich die rune ruhe die rune was wünscht auf dem feindliche angriff schlagt sie zurück so sehr schön wie kann ich dienen das ist leicht die rune ruhe zu befehl ich hoffe mal das reicht dann hier oben so ihr könnt mit der ersten nahrungsproduktion anfangen also mit der ersten pilzfarm verstanden meister wie gesagt dahin hier bin ich meister sofort sofort bin schon da mhm das war eine zu viel was verlangt ihr ich heile meister ich gehorche meister hier können wir schon mal eine schmiede errichten wenn ich sie finde ja schatten von mir aus die rune wird sofort ausgeführt feindlicher angriff so da kommen auch wieder nervzägen alles was ihr wünscht zeit zu sterben auf meinem befehl hier bin ich meister ich gehorche meister ok kommt im bus sie belagern unsere stadt gut du hast du hast doch nicht gesehen oder lieber kämpfen na greifen wir dich sicherheitshalber mal an ok jetzt hast du es auf jeden fall gesehen war das gut um alles zerstampfen jetzt aber die anderen sechs mal endlich eine schmiede hier errichten verstanden meister auf meiner befehl meister das gebäude ist fertig das ist meister das gebäude ist was ihr wünscht jetzt muss ich auf ein bisschen aria warten das ist leicht so mutterwerkstatt errichten wir hier oben wie gesagt gucken dass wir so viel wie möglich jetzt hier hin quetschen großes haupthaus können wir noch hier errichten verstärkt die deckung haupt so 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 Bis zum nächsten Mal.